Ja, hier also bei dem Namen, was will man da erwarten? Ich will nochmal, dass er mich ruft. Dass er mich nochmal ruft. Taxi! Fußgänger! Genau das wollte ich nämlich machen. So, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Bob das heute viel öfters machen könnte. Wenn einer ihn Taxi ruft, Peter, vorbei und ruft. Also wenn die... Äh, sind die verrückt geworden? Ach schon wieder, die war an der Fahrt, warum geht dann immer... Fuck! Scheiße!